Heute Hintern hoch mit Jumping! Das Gute an Jumping ist, ja, man macht Sport und fühlt sich trotzdem wie ein kleines Kind. Das war heute das erste Mal, dass ich Jumping gemacht habe und ich dachte vorher so, naja, ach, ich bin noch trainiert, das wird schon nicht so schwer sein und doch, oh mein Gott, ich bin gestorben, meine Beine, meine eigentlich gut trainierten Beine, das hat mich völlig fertig gemacht. Also es hat Spaß gemacht, es ist sehr intensiv, sehr abwechslungsreich und auf jeden Fall auch ziemlich schweißtreibend. Also meine Empfehlung an euch, probiert es aus, es ist anstrengend, aber es macht echt Spaß. Trampoline sind nicht nur für Kinder. Dieses Hüpf-Workout beansprucht den ganzen Körper und setzt Glückshormone frei und belastet bis zu 400 Muskelgruppen gleichzeitig. Das ist Rolle. Rolle ist hier schon seit Jahren selber mit Gies und jetzt hat sie die Jumping-Ausbildung gemacht, stimmt? Ja! Und warum hast du das gemacht? Weil ich einfach Jumping-Liebe so lange hier bin und die Pläne fände ich mal selber bestimmen wollte. mehr als wen. weniger als wen.